So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu GWT und wir machen heute weiter mit dem nächsten kleinen Event, und zwar der Classic Mini Trophy aus Havanna. Das, was ich eigentlich schon in der letzten Folge machen wollte, machen wir heute. Das sind eh nur so Kurzfolgen. Das ist halt leider so. 400 Mal Zeit, 1,87 Kilometer lang ist diese Strecke. Ja, und ich habe jetzt die DLCs gekauft für das Spiel, also es geht auf jeden Fall, sobald wir das hier durch haben, geht es dann weiter mit der Season 1 in der Karriere. Ähm, und dann in Season 2 und 3, also 2 und 3. Also hier zackt das Spiel für 100% durch. So. Let's go. Der wird hier aber schön reingedrückt gerade. Ja, also wirklich nach vorne komme ich gerade auch hin, ne? Ich muss mich da vorne ein bisschen kämpfen. Momentan sind wir schon auf P7. Die Jukolle gemacht hat auch 4, also da vorne war ja. So, die erste Runde ist jetzt durch. Zweite Runde. Du hältst gut mit. Da wird einer rechts vorbei. So, einmal vorbei an einem. Und da war die Lücke zu breiten und gehen in Führung. So. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja, sehr gut. Sind eh nur so mal einen neuen Bruch pro Folge. Tut mir leid, dass wir die Folgen sehr kurz sind. Da muss ich noch wieder mehr werden. Da kann ich euch schon versprechen. So, wir können das mittlerweile gut absetzen. Letzte Runde, lieber Leute. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ja, jetzt bin ich noch mal Tanneau auf P6. Das ist natürlich alles anders als gut. Aber wichtig ist, dass die Florida-Team was holen. So, und das ganze Renn ist schon mal durch. Gut, damit haben wir das auch. Das ist noch erledigt. So. Das ist mittlerweile knapp. Fast Level 63 sogar. Mal mal. Ich hab eins auf jeden Fall durch. Super. Dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann ist das mit der Mini-Trophy und Havanna durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter. Oder haben wir da oben noch mehr? Dann noch mehr. Ach Gott. Okay. Das ist doch eine sehr lange Zeit. Lägen ist jetzt bläse ich gerade. Da geht's nämlich dann weiter. Irgendwann mit denen. Ach Gott. Ja. Okay. Nee, alles gut. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Das dauert halt sehr, sehr lange. Naja. Egal. Dann machen wir jetzt mal hier unten alles durch. Gut. Dann geht's morgen weiter. Auf jeden Fall mit dem nächsten Teil. Und das ist der Classic Doing Cup. Und dann geht's in Brands Hatch weiter. Und dann geht's화를 look weiter.